Ja, es sieht traurig aus. Ein Leiden ohne Ende, ein Schrecken ohne Ende erwartet uns alle. Ja, denn die Menschen sind nicht in der Lage, sich die entscheidende Schlüsselfrage von allen zu stellen, die Gretchenfrage. Bin ich denn wirklich frei von den Massenmanipulationen unseres gesamten weltweiten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems? Bin ich wirklich frei von den Massenmanipulationen, die wir bei den nextscientistsforfuture.de vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer-Viren des Geistes nennen? Bin ich wirklich frei davon? Ist mein Wissen überhaupt Wissen? Oder bin ich nur durchmanipuliert und wiederhole wie eine Schallplatte eigentlich nur Manipulationen, also vorteilbringende Irrtümer von irgendjemandem, der auf meine Kosten damit ein Geschäft macht? Das sind die Schlüsselfragen, ja. Und die können sich die Leute offensichtlich nicht stellen und die muss ich, glaube ich, immer allen stellen. Denn alle treten immer so auf, als hätten sie gesichertes Wissen. Aber das, was sie als gesichertes Wissen benennen, stellt sich heraus, als dass es sich um die manipulativen, vorteilbringenden Irrtümer irgendwelcher Sparten der Gesellschaft handelt, um irgendwelche parasitären Meme oder Killer-Viren des Geistes, mit denen irgendwelche Leute Profite auf Kosten anderer Menschen machen. Der Grund ist, dass man nicht versteht, dass unser Wirtschaftssystem den Weg hat, uns alle in Kaufsklaven, Konsumsklaven, also Konsumsklaven, Arbeitssklaven und Kriegssklaven zu verwandeln, in dem sie einfach, quasi jede Sparte der Gesellschaft braucht einfach nur mal irgendein Irrtum zu haben im Kopf. Und wenn dieser Irrtum sich zufällig so erweist, dass er andere Menschen quasi dazu manipuliert, dass man selber Vorteile davon hat, dann wird dieser Irrtum einfach überall weitertransportiert, weitergegeben und breitet sich wahnsinnig schnell aus. Übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte die Wunschgeschwindigkeit einstellen. Bitte alles immer grundsätzlich in Wunschgeschwindigkeit hören. Das bedeutet viel mehr Freude an allem. Ja, und weil die Menschen das nicht schaffen, die sich zu fragen, bin ich, ist denn das, was ich für wissend halte, in Wirklichkeit nur Manipulation, nur vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killer-Viren des Geistes? Dass sie das sich nicht stellen können, diese Schlüsselfrage, das führt dazu, dass wir eben dieses Leiden ohne Ende weiterhin bekommen können, dieser Schrecken ohne Ende erwartet uns alle. Alle falschen Wege werden gegangen, der einzige richtige nicht verstanden. Nämlich der, dass man verstehen muss, dass die ganze Menschheit, die alle Sparten der Gesellschaft, alle Konzerne, alle Firmen, alle Berufstätigen, evoluieren seit 400.000 Jahren, vorteilbringende Irrtümer, also es entstehen einfach per Zufall Irrtümer, wie Mutationen aller anderen, auch genetische Mutationen per Zufall entstehen. Und dann greift die Selektion an, nämlich, dass bestimmte Irrtümer sich als extrem vorteilbringend für eine Sparte erweisen, deswegen gerne dann, weil man irgendwo spürt, dass man als Bio-Roboter damit an mehr Futter rankommt, an mehr hochqualitative Eizellen oder Samenzellen herankommt, an gute Gene herankommt, dadurch dann gute Chancen hat, auch in der Zukunft noch, in Form von Aussackungen in die Zukunft hinein, die wir Kinder nennen, noch präsent zu sein in der Zukunft. Und darauf sind wir Bio-Roboter einfach programmiert, dass es uns nicht so wichtig ist, wirklich immer total zu hinterfragen, ob eine Sache eine Wahrheit ist oder ein Irrtum ist, sondern wenn ein Irrtum sich als vorteilhaft erweist, wird diese Frage nach der Wahrheit einfach von uns etwas weniger gestellt und dann verbreitet sich dieser vorteilbringende Irrtum. Die Sparte macht große Profite auf Kosten aller anderen Menschen und wird aber das auch das Opfer aller anderen Sparten, sodass alle sich gegenseitig kaputt schaden. Und in dieser Welt leben wir gerade, wir schaden uns alle gegenseitig kaputt. Und deswegen heißt ja die Lösung, dass man starke positive Anreize setzen muss, dass also dieses vorteilbringende Irrtümer und die daraus entwickelten schädlichen Handlungen keine Profite mehr bringen. Wir müssen also den Sparten die Beute wegnehmen sozusagen und müssen positive Anreize setzen, müssen also Belohnungen nur noch dafür aussetzen, wenn jede Sparte nachweislich Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlfühlen der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner bewiesenermaßen verbessert hat. Und dann verschwindet der ganze Spuk mit diesen vorteilbringenden Irrtümern, diese ganze weltweite Massenmanipulation verschwindet. Aber bis dahin muss ich wohl jedem die Frage stellen, also auch Ihnen, liebe Zuhörer, alles das, was Sie für Ihr Wissen über die Welt halten, woher nehmen Sie die Sicherheit, dass es sich dabei nicht ausschließlich um Manipulationen handelt, die Ihnen und allen anderen Menschen schaden, dass es sich dabei nicht um vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme oder Killerviren des Geistes handelt. Vielleicht muss jede Diskussion eine VIAT sein, eine vorteilbringende Irrtümer-Abbautherapie. Ja, also, welche Glaubenssätze haben Sie über die Welt und haben Sie sich gefragt, ob Sie da nicht Opfer von Manipulationen durch vorteilbringende Irrtümer, parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, kurz gesagt, vorteilbringende Irrtümer geworden sind? Ja? Und da die Leute sich diese Frage nicht gründlich genug stellen, behalten Sie ihr aus Manipulationen, aus vorteilbringenden Irrtümern bestehendes falsches Weltbild bei und gehen deswegen alle falschen Wege und der einzige Richtige wird nicht verstanden, nämlich positive Anreize, starke positive Anreize ganz gezielt zu setzen, um schlechtes Handeln und vorteilbringende Irrtümer sofort aussterben zu lassen, schnellstmöglich aussterben zu lassen. Ich lese mal einiges vor. Ich habe viele Videos wieder durchgezappt, sozusagen. Und ja, letztendlich ein Video zeigte auf, das wohl auch wieder von dem Sender News & Talks für, dem besten Fernsehsender News & Talks für, in seine Playlist 6 aufgenommen worden ist. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber es wird wohl hoffentlich stimmen, die Nachricht. Nämlich, dass es legale Politikerbestechung gibt. Ja, also man kann also sozusagen, es gibt Spenden an Abgeordnete sind möglich, an Parteien. Es sind alle möglichen Formen. Man kann jede Spende, jede Großspende aufsplittern, in viele Kleinspenden und schon ist alles legal, ist jede Form der Bestechung legal. Aber das geht eben nur zu lösen. Wir müssen also den Politikern neue, starke, positive Anreize setzen und sie nur noch belohnen, wenn sie nachweislich, ihr Wirken nachweislich, ihre Kunden sozusagen, das Leben ihrer Kunden glücklicher, gesünder und länger gemacht hat und auch mehr Wohlstand erzeugt hat. Also vier Kriterien zum Beispiel bei Politik. Und wenn wir das nicht messen, weil wir einfach falsche Weltvorstellungen haben, weil wir irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer als Manipulationen in unserem Kopf für Wahrheit halten, dann machen wir das Falsche. Da kommt dann eben so am Ende einer solchen Sendung kommt dann eine völlig sinnlose Aufforderung, Gutes zu tun, anstatt zu sagen, wir müssen endlich Gutes tun durch starke, positive Anreize belohnen, sonst kommt es nie. Seit tausenden von Jahren bitten die Menschen, fordern sie oder bitten sie, dass andere Gutes tun mögen. aber kommen nie auf die Idee, dass sie die anderen das Gute nur tun können, wenn sie auch für Gutes tun belohnt werden und nicht für Schlechtes tun einfach tausendfach mehr belohnt werden. Ja, es ging dann eine Sendung, ging auch um das Bestäubersterben oder um das Sterben der natürlichen Schädlingsfresser. Ja, aber all diese Appelle verhalten doch alle nutzlos, weil es sich um nutzlose Appelle handelt. Wir müssen die Menschen, die die anderen und die Firmen dafür belohnen, wenn sie unsere Gesundheit, Langlebigkeit und unser Wohlfühlen nachweislich gebessert haben und dann werden sich diese Firmen schon darum kümmern, dass ausreichend Bestäuberinsekten, Bestäubungsinsekten und natürliche Schädlingsbegrenzer, Schädlingsfresser und so weiter erhalten bleiben. Ja, weil sie eben dann ihre Verdienstzuschüsse, ihre Gewinne gekoppelt sind an unser Wohlfühlen. Und anders kann es nicht funktionieren. Alle diese Appelle sind völlig sinnlose Zeitvergeudung. Es wird grundsätzlich immer das Falsche getan. Und dann war wieder eine Sendung über Revolution und auch mit Fridays for Future Beteiligung. Ich glaube, Clara Meyer hieß sie. Das ist alles dieses leere Gerede. Das wird nie was werden. Das ist alles. Die Leute vergeuden halt einfach gerne Zeit für irgendwelche völlig abstrusen Ideen, die niemals mehrheitsfähig sind. Mit uns kann man diskutieren über echten Kommunismus, echten Sozialismus, echte Planwirtschaft. Aber bitte doch nicht über diese alten, veralteten, längst überholten, revolutionären Konzepte, die wieder auf diese Pseudokommunismen, Pseudosozialismen und Pseudoplanwirtschaften hinauslaufen, die wir doch genügend kennen von der Sowjetunion, von der DDR, von Kuba, Venezuela. All diese gescheiterten Konzepte müssen wir doch endlich als bodenständige Linke endlich aufgeben. Ja, und das Schlimme ist, also auch wieder Sendungen über die Grünen, die Grünen als die neuen Kapitalismus-Hörigen sozusagen. Ja, das ist, das ist ein Trauerspiel, wie eine gesellschaftskritische und wirtschaftskritische Partei quasi zu den Genossen der Bosse geworden ist, ohne zu hinterfragen, ob die Bosse überhaupt auch nur glücklich werden durch dieses ganze kranke Wirtschaftssystem, dass die Bosse dazu zwingt, Profite zu machen auf unsere Kosten, auf die Kosten unserer Gesundheit, unserer Langlebigkeit und unseres Wohlfühlens. Ja, und dann diese, im Moment das große Geschäftsmodell der Medizin bedeutet, alle Menschen, nicht nur die, ja, die Kranken sind eine viel zu kleine Zahl. Ein richtig großes Geschäft ist, wenn man alle heranziehen kann, um Geld zu verdienen. Und dieses Prinzip, alle müssen, in den Dienst der Medizinindustrie gestellt werden und dort Profite bringen, wegen der Schwachen. Das ist ein optimales Geschäftsmodell, ja. Und denn, man könnte doch auch einfach sagen, hier, warum hat man nicht einfach anstatt überall, man hat doch auch innerhalb kürzester Zeit Massenproduktion von Beatmungsgeräten gemacht. Warum hat man nicht einfach, sozusagen, ich sehe immer die Leute, die mit Beatmungsschläuchen in der Nase rumlaufen und so weiter. Man braucht doch diesen Leuten einfach nur eine Art optisch besser gestaltete Tauchermaske aufsetzen, die das ganze Gesicht schützt oder gar einen ganzen Atemhelm aufsetzen. Dann können diese Leute völlig geschützt überall einkaufen und die, die schutzbedürftig sind, können mit so einem kleinen Wegelchen vor sich her im Supermarkt einkaufen, können sich danach selber die Hände desinfizieren und die Griffe ihres Wegelchens desinfizieren und dann sind sie doch bestmöglich geschützt. Sie können doch dann zu Hause ihre Einkäufe sozusagen in heißem Wasser abwaschen, sodass sie dann auch dort die Viren beseitigen sozusagen und können danach nochmal ihre Hände desinfizieren und dann können sie ihren Atemhelm absetzen und dann sind sie hundertprozentig geschützt und dann reicht es, wenn man ein paar tausend oder ein paar zigtausend immunschwache Menschen schützt und daran Geld verdient, aber nicht Millionen von Menschen mit starken Immunsystemen, die eigentlich nie ein Problem mit irgendwas bekommen, die dann sozusagen mit in Leidenschaft zu ziehen, ins Leiden, mit ins, ja, in, ja, jedenfalls mit leiden zu lassen. Aber damit kann man halt nicht Milliardenbeträge verdienen, weil so zehntausend Leute mit solchem Atem Helmen auszustatten und die zu schützen sozusagen, das bringt halt nur eine begrenzte Summe an Geld, während Abermillionen Menschen zu impfen oder sonst wie ihnen was zu verkaufen, Masken, Tests und andere Dinge, das bringt halt das ganz große Geld, ja, und dieser Trend, ja, dass also immer gesagt wird, sie müssen ihre Freiheit und ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit, ihr Recht auf Schutz vor Körperverletzungen wie Impfungen und so weiter, die juristisch ja den Straftatbestand einer Körperverletzung darstellen, ja, für die es dann Sondererlaubnisse geben muss, dass man sie überhaupt durchführen darf, denn an sich darf ja eigentlich kein Mensch einem anderen Körperverletzung zufügen, deswegen gibt es ja dieses Sondererlaubnis, dass Ärzte und Heilpräger ausnahmsweise im Auftrage der Kunden sozusagen Körperverletzung straffrei durchführen können, ja, aber aus dieser Regelung quasi eine zu machen, dass wir das quasi unser Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit aufgehoben wird, es ist ja schon aufgehoben, weil die Eltern können nicht mehr sagen, dieses Kind, mein Kind darf nicht geimpft werden, sondern dann greift der Staat zu und zwingt das Kind zwangsweise, das heißt, das Grundrecht des Kindes, das Menschenrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit ist aufgrund der Profitinteressen einer gewaltigen Medizinindustrie schon längst ausgehöhlt und das geht immer so weiter, das läuft schon die ganze Zeit, ja, das ist einfach alle, ja, alle Immunschwachen, ja genau, genau, das habe ich alles gerade geschildert mit dem mit dem Wegelchen und so weiter, das ganz große Geschäft, das geht eben dadurch, dass man eben letztendlich der Weg ist quasi so, denken Sie an Spenden, Blutspenden, da wird quasi ein Teil eines Organes gespendet, denn Blut ist ein Organ, ja, und dann Knochenmark spenden, da wird ein Teil eines Organs gespendet, Nieren spenden, Leber spenden, Teilspenden und so weiter und irgendwann endet das daran, das heißt, ja, bei uns zählt das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit gar nichts mehr, dann kommt die Polizei mit der Maschinenpistole und sagt, sie müssen jetzt ihre Niere spenden und einen Teil ihrer Leber oder was auch immer, weil andere sind so schwach und da können wir auf ihr Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit keine Rücksicht mehr nehmen und dann verdient die Medizin Industrie Milliarden und die Menschen sind nicht in der Lage zu verstehen, dass wir gerade einfach diese Geschäftsausweitung der Medizinindustrie gerade vollziehen, dass wir also quasi regiert werden von der Medizinsparte und die jetzt einfach ihr ganz großes Geschäft machen kann und alle ja das ist dieses Hörigkeit nennt man das wenn 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 man die vorteilbringenden Irrtümer die Werbung einer Industrie eins zu eins für Wahrheit hält dann ist man ein naiver höriger Mensch und das sind wir halt nun alle der Mensch ist nun mal das genetisch vertrauensseligste Tier der Erde und das ist halt so und das heißt die Menschen glauben wenn wenn die Medizinindustrie sagt wir nach unseren geschäftstüchtigen Interessenslagen und unseren Verdienst Interessen die wir alle haben in der Medizinindustrie haben jetzt viele Intensivbetten belegt weil wir ja Ideen glauben die sich letztendlich als geschäftstüchtig erweisen nämlich von uns ja sogenannte vorteilbringende Irrtümer nämlich ja und niemand prüft nach ob es da nicht sozusagen in Wirklichkeit Leute die überhaupt nicht im Intensivbett bedürftig sind einfach dort als solche wahrgenommen werden weil es einfach so viel Geld bringt das prüft kein Mensch nach also diesen kein Mensch prüft ob die Medizinindustrie Mitarbeiter nicht eventuell selber einfach nur voll sind von vorteilbringenden Irrtümern ihrer eigenen Sparte von parasitären Memen Killer Viren des Geistes also von einer ja geschäftstüchtigen brancheninternen Massenmanipulation sozusagen aufgrund derer sie viel zu viele Intensivbetten leichtfertig belegen das prüft kein Mensch nach sondern wir leben in einer ganz klaren Hörigkeit früher waren die Grünen mal kritisch die Linken waren mal Kapitalismus kritisch und heute ist es einfach so ja was die Konzerne uns sagen was die Krankenhaus Konzerne uns sagen was all die Mitarbeiter dieser Konzerne uns sagen früher hätte man gesagt das ist Werbung das stimmt wahrscheinlich alles nicht was die uns sagen und heute sagt man ja das ist alles die absolute Wahrheit wir glauben jedes Wort und machen alle Entscheidungen davon abhängig was die Werbung einer kommerziellen Sparte uns sagt unglaublich ne alle ja und wie gesagt das Ende dieser Kette ist wenn die Polizei mit der Maschinenpistole vor ihrer Tür steht und sagt sie müssen jetzt in der Niere spenden denn andere Menschen sind schwach sie sind stark und sie wir müssen ihre Rechte werden ja haben wir uns ja dran gewöhnt dass die Rechte der Starken eingeschränkt werden zugunsten des Medizingeschäfts und ja und dann gab es viele Berichte wieder über sinnlose Demos ja diese ganzen sinnlosen Demonstrationen und all das Gezackere und Gekloppe mit den Polizisten ist doch völlig kontraproduktiv aber das ist weil die Leute nicht stattdessen müssten sie doch einfach mal diskutieren mit gegenseitig all die Demonstrationen sich gegenseitig immer nur die Frage stellen woher glaube ich denn irgendetwas zu wissen kann es nicht sein dass alles was ich für Wissen halte Manipulationen sind die ich einfach für wahr halte vorteilbringende Irrtümer die ich für wahr halte müssen wir nicht endlich mal mit dem Weltrat und den Next Scientist for Future über die ganzen vorteilbringenden Irrtümer und die Massenmanipulation reden damit wir endlich von unserem falschen Weltbild wegkommen weswegen wir denken dass irgendwelche Streitereien mit Polizisten irgendjemanden weiterbringen würden oder irgendeine konstruktive Lösung bringen würden Ja ich denke das war es wieder mit dieser traurigen Sendung ich hoffe dass diese traurige Phase bald endet weil sich die Basis bei uns meldet oder die Parteien wieder bei uns melden und sagen jetzt haben wir es begriffen wir müssen jetzt endlich uns damit beschäftigen dass unser ganzes Herangehen an die Welt eventuell auf Manipulationen Fuß auf vorteilbringenden Irrtümern und wir einfach nur bis jetzt unser Manipuliertsein für Wissen hielten Irrtümlich und das ist ja und ansonsten wie gesagt Ceterum Censio Carthago Esse Delendam im Übrigen meine ich dass Carthago zerstört werden sollte das war der Spruch eines alten Römers glaube ich und ich sage Ceterum Censio die Menschheit ist nicht mehr zu retten da ist wohl alles Hopfen und Malz verloren und trotzdem was mache ich noch weiter also Tschüssi bis bald und wird